Ich bin irgendwo bei dem komischen Dorf, das wir letztes Mal gefunden haben. Achso, du hast noch nicht nach Hause gefunden. Ich habe ja... Ich bin in der Tat übrigens gestorben und habe nichts mehr. Ich habe zwischen den Folgen immer es geschafft, nach Hause zu kommen. Ich habe das dank Profs Hilfe mit den Koordinaten nach Hause gefunden. Der hat mir dann die Koordinaten erklärt. Du musst übrigens, wenn du... Ich sage es dir so, wie du es mir Prof erklärt hast. Lauf mal zum Nullpunkt hin. Das ist eine ganz gute Idee. So die Koordinaten anmachen und bis zum Nullpunkt hinlaufen. Dann müsstest du im Sumpf rauskommen. Und dann bist du noch... Ich glaube nach rechts und nach links nur noch ein paar Blöcke. Und dann bist du eigentlich 600 Blöcke oder so. Und dann bist du schon im Dorf. Ja, ich weiß. Da bin ich letztes Mal dran gescheitert. Das hatte ich die ganze Zeit vor. Ich bin auch zwischendurch gescheitert. Aber ich hatte ein Bett aufgestellt. Und deswegen ging das zum Glück. Ich hatte schon einen Herzinfarkt. Weil ich da... Weil ich da fast gedacht hätte... Ja, scheiße. Und ich habe ein neues Headset. Das ist... Oh ja. Ich habe mir ein neues Headset gekauft, weil das alte ist ein bisschen gebrochen. Das ist ein bisschen... Das ist oben am Bügel ein bisschen zerbrochen. Das war dann doch ein bisschen unangenehm. So, jetzt müssen wir irgendwie... Ich habe doch hier einen zweiten Bildschirm. Das ist... Ich meine, im Stream-Chat passiert sowieso selten was. Dann kann ich mir doch mal hier... Wenn das flammt... Ja, mein Laptop hier. Ich habe mein Laptop als zweiten Bildschirm. Da steht... Da läuft hier die Stream-Vorschau drauf. Da sehe ich, wie lange der Stream schon läuft. Und wer gerade im Chat ist und so. Da das ja hier eher... Dann kann ich mir doch mal die Spiele-Anleitung auf meinem Laptop mal anschauen. Dann kann ich sie wieder aufmachen. Okay, ich würde wahrscheinlich die Truhe erstmal umstellen, damit ich dann unten... Dann will ich den Berg erstmal erstellen, dass dann hier... Ja, mach, dass ich klaue in der Zeit ein Haus. Okay, ich muss glaube ich doch erstmal mein Handy holen. Kleines logistisches Problem am Anfang noch. Sekunde, wir sind gleich für sie da. Versuch du erstmal nach Hause zu kommen. Ja, ich glaube, das wird kein Problem. Das Problem ist es gerade mitten am Tag. Also... Passt schon. Ich klaue jetzt weiter Häuser. Das habe ich schon. So. Kessel bin ich noch mit drin. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich nehme einfach mal einen Kessel ab. Ich nehme zwei Kessel mit. Würde ich sagen. Brauchst du auch einen? Sehr schön. So, ich habe mich gerade mal eben auf meinem Laptop bei WhatsApp, bei WhatsApp Web angemeldet. Da habe ich mir den Link selbst geschickt. Ah ja. Da haben wir hier die Anleitung. Anleitung. Nivea from Man. Kleine Werbung hier. Ja. Da habe ich die an... Da habe ich mir das selbst geschickt. Nivea from Man. Wow. Das hätte ich dir auch schicken können. In der YouTube. In der YouTube Werbetrainer. Okay, so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich glaube, YouTube will dir sagen, dass du schlechte Haut hast. Oder stinke. Ach was, Deo. Ne, war ein Duschbart, aber... Ja gut. Ich brauche ja von Werbung nichts sagen. Ich habe doch das erzählt von der Werbung, wie man in Finnland richtig in die Sauna geht, oder? So, musst du Hüge erstmal werden. Okay. Hast du schon die Playlist an für deine Aufnahme? Und ist bei dir wieder still. Okay, das wird ein großes Hobbit Owl. Ich würde sagen, ab hier plätten. Oder ab hier. Und wie ist denn die Höhe hier im Spiel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist mindestens zehn Blocke-Blick hoch, die Hobbit Owl. Okay, können wir mal gucken. Die Kiste muss dich noch umpacken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollen wir vielleicht hier unten schon die Ebene platt machen. Okay, dann mache ich erstmal Terraforming. Okay, ich versuche in der Zeit irgendwie die Zeug zu kommen. Ich baue erstmal den Berg ab. Okay. Erstmal eine gerade Wand reinbauen, wenn ich das richtig sehe. Dann müssen wir es erstmal so machen. Wenn es nicht gelingt, dann müssen wir es nochmal neu machen. Okay, da brauche ich eine Spitzhacke für. Ich kann dich leider nicht porten, Modi. Der Prof ist heute nicht mit dabei. Ach, das habe ich noch nicht gesagt für die Aufnahme für das Leben. Das ist, ja, der kann heute nicht. Der hat ein sogenanntes Privatleben, was immer das sein soll. Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Aber ich habe halt mein ganzes Zeug zurückgebracht. Ich habe auch noch unterwegs einen, ist jetzt schon fast kaputt, aber ich habe ein Goldschwert gefunden, Haltbarkeit 1. Also, das ist halt, ja, ein Verzauberz. Es ist halt noch halb, es ist halt noch halb. Ich habe keine Spitzhacke drin. Ja, bis bei der Gelegenheit, ich habe noch ein bisschen eine grandiose Terminplanung erwähnt. Äh, kannst du machen, wenn du es lustig findest. Ich brauche Sticks. Hier habe ich Sticks. Ich habe halt ein bisschen verplant, dass dann am nächsten Samstag, nächsten Samstag ist halt jetzt eigentlich Podcast geplant gewesen. Aber ich habe dann mit Serpi den Termin gemacht, das war am Samstag, 18.30 Uhr, Minecraft aufnehmen, mit Serpi und Prof und dann rüber. Da machen wir jetzt, so schlimm ist es ja nicht. Also, Modi hat schon gesagt, dass er kann. Und wenn wir am Sonntag, dann werden wir am Sonntag, also Podcast aufnehmen. Ist ja nicht weiter wild. Und bis Mittwoch schaffe ich das schon. Und es dann aufzubereiten. Ja, ansonsten sind wir jetzt nur die Tage an. Das ist also eigentlich, eigentlich wäre ja, wenn wir in der Woche Minecraft spielen würden. Sonntag, Minecraft, Samstag, Podcast. Das ist halt jetzt andersrum. So schlimm war das auch nicht. Ich habe halt ein bisschen von klar an. Das ist für eine riesige Obertöne. Wenn die wirklich 10 Blocks hoch ist, das ist schon ein heftiges Ding. Das glaube ich dir. Das ist ja wirklich, ich habe gerade gezählt. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Was hast du gefunden? Ich habe noch ein Dorf gefunden. Bewege dich mal langsam Richtung Nullpunkt. Das ist eine gute Idee. Oh, bin ich. Wir sind offensichtlich letztes Mal in die falsche Richtung gelaufen. Das ist das große Dorf. Ich habe meinen Haufen noch... Und hol dir ein Bett. Und hol dir ein Bett dringend. Jetzt habe ich dabei. Hast du dein Zweck wieder gefunden oder was? Hast du dein Zweck wieder gefunden oder ist das... Das Zeug ist weg. Ich bin irgendwo bei uns in der Nähe beim Sumpf gestorben. Was hast du denn alles? Ich hatte kein Bett dabei und habe keinen Spot. Das, was ich für den Bau gebraucht habe, habe ich mitgebracht. Also... Ich habe nichts verloren. Ich habe zumindest das wichtigste Zeug. Das Trankszeug hast du leider verloren. Das ist halt... Wenn du unterwegs was findest... Und ich bin dir bei ein Loch gefallen. Wenn du unterwegs Tränkedinger und Tränkeständer befindest. Oder Zaubertische und Bücherschränke. Ich bin gerade fast tot. Ich bin gerade fast tot. Und ich habe keine Möglichkeit hier hochzukommen. Weil ich kein Holz und keine Spitzhack dabei habe. Scheiße. Verdammt nochmal. Doch, ich habe... Gut, dass ich Häuser gelootet habe. Hast du ein Bett in meiner Nähe? Nee, aber ich kann mich hochbauen wieder. Einfach in ein scheiß Loch. Das ist mir auch, glaube ich, schon mal passiert auf der Wanderung. Ja, scheinbar ich jetzt selber. Ich habe zwei Herzen. Aber ich habe sechs Minuten. Da bin ich... Also ich bin mal nachts, als ich dann... Als ich herumgehört bin und versucht habe nach Hause zu kommen, bin ich dann auf dem... Ich bin dann in so ein Wasserloch gefallen. Aus dem ich dann... Weil es dunkel war, nicht mehr rauskam. Weil ich habe nichts... Ich hatte zwar Spitzhacken und so mit dabei. Ich kann nicht rauskommen, aber... Ja, ich hätte euch auch Müge. Ja, gut. Dann geh mal. Schläfst du schon? Ja. Sehr schön. Ein neuer Tag. Perfekt. Jedenfalls bin ich dann in das Loch reingefallen während der Nacht. Und dann wurde ich von... Eine Wasserleiche, also von einem Wasserzombie wurde ich dann angegriffen. Und von zwei Spinnen. Und dann habe ich halt... Da habe ich halt hier den... Den... Ersten Herzkasper gefunden... Gekriegt, weil ich dort in dem Wasserloch gestorben bin. Hat mir gedacht... Nee, jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du ein Erzeugt dort im Wasserloch gefunden. In der Wildnis. Du weißt nicht, wo das ist. Du hast dir die Koordinaten nicht gemerkt. Du findest das nie wieder zurück. Und dann habe ich gedacht... Und dann habe ich... Zum Glück habe ich vorher noch mal... Auf das Bett geklickt. Und dann war das Bett registriert als wieder Einstiegspunkt. Dadurch bin ich dann wieder an der selben Stelle gespawnt. Zum Glück. So konnte ich mein Zeugs... Das war natürlich echt Glück. So konnte ich mein Zeugs zum Glück behalten. Weil ich schon gedacht habe, bald wird es Nacht. Stell schon mal in der Bett hin. Klicke schon mal drauf. Wenn es bald was passiert, dann... Ich bin jetzt gerade wieder in dem Gebiet, wo ich mich auskenne. Aha, da kommst du ja gleich zurück. Ja, da habe ich ja niemanden dabei, den ich hier durchführen muss. Ja, das war ein bisschen coacher am Ende des letzten Parts. Streams. Ja. Ich habe übrigens immer noch die Koordinaten von dem zweiten Tempel. Den will ich heute auch nochmal aufsuchen. Ich nicht. Ich baue heute... Also mein Projekt ist heute, hier die Hütte zu bauen. Das Hobbit Hole zu bauen. Das gigantische Hobbit Hole. Ich werde Karten machen. Viele Karten. Da habe ich auch noch ein Karten-Set. Ein Karten-Set habe ich auch noch mitgebracht. Kartentisch. Hast du irgendwas mitgebracht oder willst du wieder von mir schnorren? Ich habe mein ganzes Zeug dabei. Achso, ich dachte, du hast es verloren. Ich habe neues Zeug dabei. Ich habe das meiste von dem wichtigen Zeug sowieso in der Truhe gelagert gehabt. Aha, okay. Als Ersatz. Also hast du auch ein paar Tränke... Hast du auch Tränkestände mit dabei oder was? Nee, nee, davon hatten wir nur einen. Ah, verdammt. Der hat ja bisher nicht mit der Kirche. Ja, für das... Also für das die... Für das die Hobbit Hole des Sets braucht man laut Plan 3er. Aber es ist... Ja, ich lasse die ganze Zauberdrang-Sache weg. Ich mache den Platz dort frei und wenn ich mal welche habe, dann können wir die dort hinstellen. Das ist ja nur Deko. Das ist ja nicht so dringend nötig. Das ist nur Innenausstattung. Ich habe jetzt irgendwelche... Ich habe jetzt in meiner Playlist irgendwie eine... Klingt nach Alpen. Irgendwie so eine Tiroler Bergmusik. Was ist denn das? Pokémon Kolosseum. Ich habe hier irgendwie so phobische Alpenmusik. Ah, ist das Pokémon. Ja, aber das klingt halt wirklich... Mordefurte von der Mordefurte aufgespießt. Sehr schön. Ah, da habe ich das Bett geholt. Hat funktioniert. Bin wieder da. Sehr schön. Darf ich nur nicht in die falsche Richtung laufen? Ertrunkene sind das also. Ah, da ist meine Rauchsäule. Nun, oh, Guyana habe ich auch schon getroffen, als ich... Oh Gott, hast du einen umgebracht? Nein, nicht jetzt. Das war, als ich hier Fische gangelt habe. Das ist schon ein Weilchen her. Da bin ich einfach geflohen. Und da müsste ich noch irgendwo in der Nähe unseres Dorfs rumstücken. Zumindest hat dein Plan gut funktioniert, den Spotpoint zu setzen und dann zu sterben. Ich habe das mal Zeug nicht mehr dabei. Aber war eigentlich nichts wichtiges. Das klingt wirklich... Ist doch ein Kolosseum, aber... Das klingt wirklich verdammt nach. Das klingt, als würde ich jemand anfangen zu jodeln, oder? Nee, ohne jodeln. Aber das ist halt... Das klingt halt so nach Urlaubsmusik für... Tirol, Tiroler Alpen. So ein bisschen. Das ist halt so... Musik, die man im Touristengebiet von Tirol spielen könnte. Das klingt halt wirklich so... So ein bisschen Volksmusik, so ein bisschen... Könnte so am... Ich weiß nicht, ich war noch nicht im Tirol. Was ist... Am Strand von Tirol oder so? Strand, ja. Am Strand irgendwo auf dem Berg. Kenn mich da nicht aus. Ich frage mich, ob man irgendwer nicht grand oben auf dem Berg gebaut hat. Dann gibt es bestimmt. Es gibt ja auch Strände in Großstädten, die nicht am Wasser liegen. Also es gibt ja bewusst aufgeschüttete Sandstrände, die dort... Wacht so und am... Dann wiederum gibt es Dubai. Das ist jetzt der Netschnusselber. Das erkennst du. Ja. Habe ich ja ein paar Mal gespielt. Ein paar... Also ein aktuell laufendes Projekt, was auf Eis gelegt wurde, weil andere Projekte gerade laufen. Also The Legend of Zelda... Wie heißt das? Das neueste Spiel hier mit den Chibi-Figuren, die dort alle so plötzlich aussehen. Keine Ahnung. Das Remake. Und das bei mir gerade auf dem Kanal läuft. Oder beziehungsweise auch nicht läuft. Und hier ein Link auf dem 3DS. Ein Link Between Words habe ich auch angefangen zu spielen. Ein Link Between Words habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil es mir zu blöd war. Da fahre ich dann mit den Bosskämpfen nicht zurecht. Also ich und The Legend of Zelda und wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Das ist... Ich habe in meinem Leben nicht ein einziges gespielt, außer der seltsame Ableger mit dem Zug. Das habe ich auch gespielt, das habe ich privat oft gespielt. Das fand ich gar nicht schlecht. Ja, wobei ich habe da auch ein Blasmoor für kurze Zeit, ich glaube bei Jonas Musk gespielt, aber da kam ich absolut nicht rein. Also ich werde mich bemühen, wenn ich mal wieder einen Platz frei habe. Also momentan habe ich halt viel zu viele Projekte. Und da kann ich halt... Deshalb liegen einige Projekte auf Eis. Einige musste ich jetzt deswegen beenden, wo ich gesagt habe, nee, das wird auch ein... Man wird auch dieses und nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen. Das Pokémon Y-Let's Play Again habe ich jetzt abgebrochen. Das ist mal eine gute Idee, aber das ist... Ich komme da nicht mehr dazu. Ich habe mal rum, Brode. Und ich weiß denn, Evil habe ich jetzt auch abgebrochen. Wir sind Evil 1, die Remake, das habe ich auch abgebrochen, weil ich einfach... Ich habe das... Ich habe da einfach zwischen den 10. und dem 11. Pass liegen, liegt ungefähr ein Jahr. Ich habe da einfach die Laune dran verloren und das ist halt wirklich... War die Steuerung? Nee, es waren irgendwie... Es waren... Also zum einen habe ich ein... Weiß nicht, Evil 1 damit ein Problem gehabt mit den Zombies. Das ist halt wirklich jedes Mal an jeder Ecke, dass die Zombies immer neu rauskommen. Also du hast den Raum schon längst erkundet, hast gespeichert und dann gehst du noch mal rein. Und alles als wärst du noch nie in dem Raum gewesen. Du musst noch mal gegen dieselben Zombies kämpfen. Und noch mal, das hat mich sowas von abgenervt. Immer wenn ich einfach nur Durchgangsräume brauchte, um halt einfach zum nächsten Ort zu kommen und dort weiterzumachen, bin ich erst mal zwei Mal gestorben auf dem Weg, Dorthin. Das ist... Hat mich sowas von abgenervt. Ja, das war eigentlich die Hauptsache, warum ich da gesagt habe. Nee, warum ich auch keinen Bock mehr drauf hatte. Und wie gesagt, wenn ich... Sollst du vielleicht mal mit 7 oder 8 direkt neu einsteigen? 8 habe ich jetzt mal als Letztest gebracht. Da gab es einen kleinen Letztest auf meinem Kanal, aber... Das ist mir zu teuer, das Spiel. Ja, das kann ich verstehen. Das kostet, glaube ich, fast 70 Euro. Also, das ist mir ein bisschen... Dafür, dass ich dann vielleicht doch nicht spiele und... Ja, ich weiß nicht. Verstehst du, Molly? Ja, ich verstehe. Ich glaube, zwischen 70 und 80 Euro kostet das Ding. Das würde ich... Das würde ich schon kaufen, aber dann auch... Nur, wenn ich weiß... Wenn ich weiß, dass ich das auch spielen will. Also, dass das... Dass daraus dann ein Projekt wird. Also, dass das dann nicht... Nur zum Spaß kaufe, sondern dass das dann einfach... Hauen wir doch mal. 60 Euro kostet es. Normale Version. Ja, trotzdem. Oha. Deluxe kostet 71,50. Oha. Fackelpfil. Fackelpfil, willkommen in der Community. Ein Follow. Auf Twitch. Hey, machst du auch Survival? Ja, das ist Survival. Ja, das ist Survival. Wir spielen gerade Survival. Minecraft Survival mit Modi. Heute zu zweit nur. Sonst sind wir mal zu dritt. Oder fährt, wenn mal alle... Das nächste Mal eventuell zu viert. Das ist sehr wahrscheinlich zu viert. Hoffentlich. Ich ebne hier gerade den Berg ein. Im Survival-Mode. Wir sind nicht im Kreativ-Modus. Modi, der versucht gerade noch aus der Wanderung... Ich bin schon wieder da. Ich habe mich... Wir sind gewandert und haben uns verirrt. Ich habe dann auf Screen wieder zurückgefunden. Und Modi ist noch... Verirrt. Und ich baue hier gerade meine Hobbit hole. Jetzt verriert meinst du, ich bin bei mir oben am Turm und baue gerade einen Baumart. Ah, okay. Er ist also wieder zurück. Ich dreimal gesagt habe. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist... Das ist noch nicht Hallo Gesang gekommen. Ja, ich baue hier halt mein Berg ab. Aber apropos zu teure Spiele. Was vom Release von Biomuton mitgekriegt? Sorry, ich habe dich nicht gehört. Macht ihr Survival. Nochmal für dich. Ja, wir machen Survival. Ich baue hier gerade mein Haus in Minecraft. Ich baue hier gerade den Berg ab. Modi war gerade wandern. Kommt gerade wieder zurück. Ist wieder zurück angekommen. Survival. Sorry. Ich musste gerade ein bisschen meinen Zuschauer für dumm verkaufen. Nichts für ungut. Hab ich trotzdem lieb. Nicht abhauen. Und weg. Und weg ist er. Da ist die Strecke. Es wird schon wieder Nacht hier. Ich glaube, der will mitmachen. Das wird meinem Freund mitmachen. Ja. Grundsätzlich eher nicht. Das ist jetzt. Und es ist halt Profs-Server. Es ist auch nicht mein Server. Also ich kann auch nicht entscheiden. Und dann. Ja, es ist halt ein Spiel mit meinen Freunden hier auf dem privaten Server. Gehst du mal ins Bett, Modi? Ich bin im Bett. Du nicht. Doch. Ich sitze hier im Bett. Ja, auf. Es ist richtig dich. Spongebob. Musik. Also mitmachen ist leider nicht drin. Das ist hier ein Freundes-Server. Und. Ja. Sagen wir einfach so. Der ist so arm und so inkompetent, um selbst Server aufzusetzen. Sagen wir so, der ist so was voll. Egal, ob jetzt Freunde oder nicht Server. Das ist. Und egal, ob Freunde oder nicht Freunde. Das ist. Wir sind schon zu viert. Vielleicht. sorry wir sind schon sieben wir brauchen kein weiteren zwerg so ich habe jetzt kapiert ich habe eine playlist übrigens jetzt endlich mal auf zufall gestellt dass nicht immer die selben lieder laufen in der selben reihenfolge was ist die ersten paar male war das lief das einfach in der reihenfolge abdies wissen der playlist ist als sie jetzt heute wieder eingeschaltet haben hat mich das wieder genervt dass dann wieder am anfang der hast diese beiden songs liefen hat gesagt machen wir lieber machen wir lieber wenn dann kann es halt sein dass ein musikstück zwei mal nacheinander läuft aber doch genauso funktioniert das ich habe jetzt den kartentisch ich höre doch öfters playlist das kann das kommt kommt selten vor aber aber dann und dann haben wir mal falls du stein und erde brauchst ich habe jetzt genügend ich habe den berg abgebaut oh kohle ich habe auch kohle ich muss natürlich erst mal den berg abbauen damit meine haushöhle reinbauen können die kohle nehme ich natürlich mit muss dann ja ich habe ja ein bisschen stein dabei ich glaube ich mache es erstmal mit der erde ich fächte auch irgendwann unter die hommel holen noch und noch keller bauen und so weiter kann man mal gucken aber erst mal macht wie bei der anleitung der anleitung kann ja dann noch mal keine noch erweitert werden wie soll das denn funktionieren hier so ein bisschen kann ein spitziger geht gleich kaputt muss mir neue kraften ja ich habe jetzt eisen ich habe für den ambus eine weile durch die mine gebuddelt wusstest du modi dass das ambus auf spanisch beides beide bedeutet beide oder beides und ambus und ambus heißt halt auch ambus also wenn du beide ambus also hast du ambus ambus das ist wirklich okay wenn zwei ambus hast und sagen willst es wird wohl irgendwie anders betont aber es sei jetzt ich glaube das war spanisch oder war das eine andere sprache ich glaube spanisch war das finde ich nur interessanter fun fact mal eben das ist wie dieses meme hiervon und der französische sprache wohl dann ich weiß nicht welcher dann gibt und dann irgendwie mehrere worte gleich heißen und dann der einsatz ein gibt dann schädel schädel nimmst kann man so unglaublich schlecht erklären selbst wird man es lassen jetzt diese witze seiten diese seiten die dir dann die dir dann das meme auch noch erklären wo es dann ja bei instagram in der beschreibung da auch noch drin steht in der erklärung zu dem nehmen der kartentisch ist absolut unnütz wieso ist der kartentisch und nütz okay weil damit keine karten machen kannst du nur karten erweitern okay wir haben ja auch karten mitgebracht ich müsste noch welche drin haben bei mir ich habe wie gesagt alles aus der wanderung wieder mit zurückgebracht was wir noch mal auf dem weg verloren habe jetzt sehr viele spitzhacken die ich in der miete benutzen werde ich habe hier oben ein k 2 karten schamig und drei leere karten und vier papier okay cool ich kann mir gerne eine abgeben hier und kann dir gerne eine karte abgeben was die brauchst aha hier ist unsere minu so und ich wollte nur eine spitzhacke machen ich wollte hier auch noch was bauen sticks ich habe keine sticks mehr hier habe ich holz hier ist das zeug was ich kaufe ach so muss erst mal ich werde jetzt erstmal kies fahren gehen viel spaß und für boston kies für zement war das ja du wirst mit zement bauen oder was ich will es mal ausprobieren weil ich das noch nie gemacht habe und da ist im chat wieder ruhig und hat es schon mal hat es schon mal als als hier privat nicht privat seit hier kann ich mitspielen nein als als minecraft angestream gemacht habe als dann als als hier stunden lang geangelt habe da kann man auch jemand rein hat gefragt kann ich mitspielen nö weg ja das ist so oft so das ist so ziemlich meine twitch erfahrung entweder es sind leute die ich kenne und dann unterhalte ich mich kurz oder es sind leute kann ich mitspielen alter es ist ein single player spiel tschüss spielst du super mario kann ich mitspielen super mario super mario bros da kann ich mitspielen was ja es war nicht mario bros ich glaube das war als ich the signifier gestreamt hatte da kam irgendwann random einer rein da habe ich auch nicht großartig darauf geantwortet ich glaube ich habe sogar rausgeschnitten im ich habe dir ich habe dir mal die karte das ist ein story spiel tschüss ich packe dir mal die karte in die kleine truhe rein was du brauchst ja cool ich hole weiter keys also der ist Untertitelung des ZDF, 2020